Musik Ja, sehr geehrte Frau Prof. Jägi, sehr geehrter Herr Prof. Nassé, sehr geehrter Herr Dr. Wehfing, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ulrike Pluschke, ich leite hier an der Bucerius-Lauske das Studium Generale und ich freue mich, Sie auch im Namen von Dr. Sven Moormann, dem Verleger des Kursbuches, sehr herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Veranstaltung Aufbruch, Protest, Umbruch, was bleibt von 1968? Ja, was bleibt von 1968? Offenbar immer noch eine große Faszination, anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, dass Sie bei diesem traumhaften Sommerwetter den Biergarten gegen diesen Hörsaal getauscht haben und heute Abend hier zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, denn wir haben hier zwei sehr renommierte Wissenschaftler heute auf dem Podium, dazu einen sehr kundigen, versierten Moderator und Sie dürfen sich auf eine sicherlich sehr spannende, interessante Diskussion freuen und so viel darf ich auch schon verraten, im Anschluss gibt es dann doch auch noch ein Kaltgetränk für Sie. Was bleibt von 1968? Es waren Hamburger Studierende, die zur damaligen Protestbewegung eine berühmte Parole beisteuerten, Sie alle werden sie kennen oder sich erinnern, unter den talaren Muff von tausend Jahren. Heute klingt das manchmal ein bisschen anders, etwa an der Hafencity-Universität, wo neulich folgende Toilettenprosa zu entdecken war. Scheiß auf Revolte und Politik, wir wollen das iPhone 10. Da gibt es offenbar doch bei einigen heute eine etwas andere Schwerpunktsetzung und das politische Bewusstsein ist da unter Umständen nicht mehr ganz so ausgeprägt wie damals. 1968 war es und das Protestpotenzial der Jugend offenbar noch ein wenig anders bestellt. 1968 ging eine ganze Generation auf die Straße, zunächst in den USA, dann breitete sich das aus weltweit. In Europa gab es solche Protestbewegungen, Berlin, Paris sind da zu nennen, aber auch Warschau und Prag bis hin nach Rio, Mexiko City und Tokio entwickelte sich das dann. Vor allem der Protest gegen den Vietnamkrieg einte die Demonstranten damals. Man wollte sich einsetzen für eine bessere Welt, kämpfte gegen starre politische Strukturen und für eine Liberalisierung der Gesellschaft. In vielen Ländern reagierte die Staatsgewalt damals mit Repressionen auf diesen Umbruch, auf diese Proteste, auf die Unruhen. Teile der Linken und der Studentenbewegung radikalisierten sich. In Deutschland beispielsweise bekamen wir es mit dem Terror der Roten Armee Fraktion zu tun. Italien hatte die Roten Brigaden, aber der weitaus größere, eben friedliche Teil der Bewegung versuchte sich dann teils eher im Privaten, in Lebensstilexperimenten gründete Kommunen oder WGs, probierte die freie Liebe aus oder man begab sich dann doch eher weiterhin auch politisch motiviert auf den sogenannten Marsch durch die Institutionen, kämpfte für Gleichberechtigung und Minderheiten gegen Kapitalismus und Konsumgesellschaft und speziell hier bei uns in Deutschland auch für eine kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Die 68er-Bewegung, das kann man glaube ich so sagen, hat viele Gesellschaften weltweit nachhaltig und massiv verändert. Den deutschen Alltag prägt sie bis heute in Wahlprogrammen, Wohnprojekten, in Gleichstellungsbüros und Gesamtschulen wirkt sie weiter fort. Dennoch sorgt aber das Jahr 1968 und die Folgen, die daraus entstanden sind, auch heute noch für Kontroversen. Für die einen war die Fundamentalliberalisierung und die Demokratisierung aller Lebensbereiche eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung in einer modernen, einer freien Gesellschaft. Andere machen die 68er-Generation auch heute noch für Werteverlust verantwortlich oder gar gleich für die gesamte Auflösung der bürgerlichen Welt. Sind also die Ideale, die Ideen der 68er, so kann man fragen, wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen? 1968 war der Höhepunkt einer studentisch geprägten Revolte. Doch wie sieht es heute, 50 Jahre später aus, wenn Studierende statt auf Protestkultur offenbar lieber auf Konsumgüter setzen? Was ist heute noch übrig vom kritischen Elan der Linken? Und was bedeutet es, wenn eine Partei wie die Alternative für Deutschland die Konterrevolution ausruft? Ist der Mythos 68 in der Midlife-Crisis, wie es der Titel einer aktuellen Ausstellung im Kunstverein Ahlen suggeriert? Was also bleibt von 1968? Dieser Frage möchten wir heute nachgehen auf unserem Podium mit der Philosophin Rahel Jägi und dem Soziologen Amin Nassei diskutieren, moderiert von Heinrich Wehfing. Ihnen drei noch mal ein herzliches Bekommen. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und bevor Sie gleich ins Gespräch gehen, erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz noch einmal vorstelle. Rahel Jägi ist Professorin für praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Als Jugendliche wurde sie in der Hausbesetzer-Szene politisiert, als Vertreterin einer zeitgenössischen kritischen Theorie, akademisch durch die Frankfurter Schule sozialisiert, an der Universität Frankfurt, aber auch am Frankfurter Institut für Sozialforschung, hat sie später so manches Gedankengebäude begrifflich neu bestellt. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Sozialphilosophie, die politische Philosophie, kritische Theorie sowie Ethik, Anthropologie und Sozialontologie. Seit Februar 2018 leitet Rahel Jägi das neu gegründete Center for Humanities and Social Change an der Humboldt-Universität zu Berlin, das die Krisen von Demokratie und Kapitalismus erforscht. Im Herbst erscheint ihr neues Buch über Fortschritt und Regression. Herzlich willkommen, Frau Jägi. Amin Nasseh ist Professor für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine akademische Laufbahn begann er an der Universität in Münster. Nassehs Soziologie schließt an die Systemtheorie nach Nikolaus Niemann an. Schwerpunkte seiner Forschung sind die politische Soziologie, die Kultur, Organisations-, Wissens- und Religionssoziologie. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist Amin Nasseh ein gefragter Berater und Redner. Als Public Intellectual meldet er sich regelmäßig in öffentlichen Debatten zu Wort und analysiert ebenso kritisch wie scharfsinnig gängige Zeitdiagnosen und Diskurse. Er hat zahlreiche Bücher und Aufsätze verfasst und ist seit 2011 neuer Herausgeber des Kursbuches. Im März erschien sein jüngstes Buch, passend zu der heutigen Veranstaltung, gab es 1968 eine Spurensuche. Auch Ihnen nochmal ein herzliches Willkommen. Durch den Abend führen wird uns heute Dr. Heinrich Wefing. Heinrich Wefing ist Co-Ressortleiter Politik der Wochenzeitung Die Zeit. Nach dem Jura- und Kunstgeschichtsstudium und einer juristischen Promotion über Parlamentsarchitektur, sehr originell, wie ich finde, als juristische Promotion, war er viele Jahre für die FAZ tätig, unter anderem als Leiter des Berliner Feuilletons und als USA-Korrespondent. Seit 2008 schreibt er für die Zeit. Er ist Autor verschiedener Bücher, wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet und gewann unter anderem im Jahr 2016 den renommierten Theodor-Wolf-Preis. Lieber Herr Dr. Wefing, Ihnen schon jetzt ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie uns durch den heutigen Abend führen. Ihnen dreien ein herzliches Dankeschön fürs Kommen. Wir sind gespannt auf die Diskussion und ich wünsche uns allen einen anregenden, interessanten Abend. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung, für die Begrüßung. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie an diesem schwültropischen Abend hierher gekommen sind und sich nicht in Ihre Badewanne auf Eis gelegt haben. Was bleibt von 1968? Ich glaube, heute Abend können wir sagen, man sieht es uns an. Wir haben die Jacketts abgelegt, vor 1968 hätten wir wahrscheinlich im Dreiteiler hier gesessen mit Krawatte und Frau Jägi vielleicht gar nicht. Also das ist schon mal ein großer Fortschritt. Wenn Sie gestatten, würde ich die Diskussion ganz grob in drei Teile zu strukturieren, versuchen erstmal der Versuch zu erklären, was war das eigentlich, dieses 1968, was ist da passiert? Manche von Ihnen sind vielleicht näher dran als andere, aber den Studierenden müsste man vielleicht nochmal erklären, was damals passiert ist. Ich war auch nicht dabei, mich interessiert es auch sehr, vielleicht können wir da einige Bohrungen machen. Was ist da genau geschehen? Warum ist das geschehen? Welches waren die Energien, die da am Werk waren? War das ein Epochenjahr? Und wenn nicht, warum nicht? Dann kämen wir zu der Frage, die Sie jetzt in den Mittelpunkt gestellt haben, was ist eigentlich geblieben von damals? Welche Errungenschaften, welche Erneuerungen, welche Erfahrungen, vor allen Dingen, welche Erinnerungen haben wir an dieses 1968? Und was sagen Sie aus über das Land, in dem wir heute leben? Diese Erinnerungen, die wir haben. Und dann im dritten Teil, ganz naheliegend, würden wir sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wenn Sie dann noch können und die Luft vielleicht etwas kühler geworden ist, interessieren uns sehr Ihre Fragen, Ihre Bemerkungen. Wenn Sie mit dieser Grobstruktur einverstanden sind, dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt hineinspringen in dieses Jahr 1968. 1968, das war 20 Jahre, gut 20 Jahre nach Kriegsende. Für die, die damals auf die Straßen gingen, war der Krieg so nah oder weit entfernt, wie für uns heute das Ende der Ära Kohl und der Amtsantritt von Schröder-Fischer. Nur um mal so die Perspektive hinzubekommen. Heute sind wir 50 Jahre von 1968 entfernt, so weit wie damals die 1968er vom Ersten Weltkrieg. Also es sind große Zeiträume, die wir heute versuchen zu überspringen. Diejenigen, die damals auf die Straßen gingen oder genauer gesagt wahrscheinlich vor allen Dingen in ihren Universitäten aktiv waren, das waren Menschen, die kurz vor Ende oder kurz nach Ende des Krieges geboren worden waren. Deren Eltern überarbeitete, überanstrengte Mütter waren, die Trümmerfrauen, und deren Väter entweder abwesend oder im besten Fall sehr schweigsam waren. 1968 war Deutschland auch ein anderes Land, ein sehr anderes Land als heute. Nur um das mal hier in der juristischen Fakultät, in der juristischen Hochschule nochmal zu sagen, Kuppelei war damals strafbar, Homosexualität war strafbar, Abtreibung war strafbar, Vergewaltigung in der Ehe war nicht strafbar, und es gab wahrscheinlich gar keine Vorstellung dafür, dass da ein Problem liegen könnte. 1968 hatte die Republik bislang nur CDU-Bundeskanzler erlebt und sowieso nur Männer in höchsten Staatsämtern. Der damals amtierende Bundeskanzler war noch ein strammer NS-Parteigenosse gewesen. 1945 galt noch als Niederlage und nicht als Befreiung. Und über den Holocaust wurde, wenn überhaupt, vornehmlich geschwiegen. Und in diesem Land dann gab es die Ereignisse von 1968. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ein Zitat eines damals sehr jungen Mannes möchte ich gerne noch nennen, der damals dabei war und jetzt im Rückblick ganz aktuell geschrieben hat, die Körper wurden gelockert für den Sex, die Ohren wurden geöffnet für den Beat und die Köpfe für neue Ideen. Das ist vielleicht sehr euphorisch beschrieben, aber gibt auch schon mal eine Antwort darauf, wie erinnern wir eigentlich an 1968. Vielleicht fangen wir mal damit an, Frau Jäger, dass Sie vielleicht aus Ihrer Perspektive sagen, was waren die zwei, drei herausragenden Dinge, die Sie heute nennen würden, wenn Sie zu beschreiben versuchen, was war dieses 68? Also ich glaube, das Erste haben Sie schon genannt, also sehr prägnant ja schon genannt, als Sie gesagt haben, und Frau Jäger würde wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Das ist vermutlich richtig. Das ist ja auch so. Also wenn man guckt, wie viele Professorinnen es gibt, wie viele es auch speziell in unseren Fächern, also jetzt in der Philosophie gibt, ist das ja wirklich gar nicht weit hergeholt. Das ist ganz klar so. Ich würde nicht hier sitzen. Das heißt, das ist eine der Sachen, die ganz sicher, obwohl das 68 erst angefangen hat und ja, wie wir alle wissen, im Protest eigentlich gegen die männlichen, also sozusagen in einem Binnenprotest gegen die männlichen Protestierenden und den männlich dominierten SDS angefangen hat, war das sicherlich eine der, also die Frauenemanzipation, die veränderten Geschlechterverhältnisse, eine der bleibenden und prägenden Dinge, die da passiert sind. Das andere ist, glaube ich, Erziehung, also der Umstand, dass, also Sie hätten ja dazufügen können zu dieser sehr brillanten Schilderung, was wäre dann so passiert oder was wäre gewesen, wenn es jetzt 68 wäre, dann wären unsere Kinder in den Schulen noch, also nicht nur wir geschlagen worden in den Schulen, sondern wir würden, wenn unsere Kinder nach Hause kommen, Geschichten hören von Rohrstöcken, die gezückt werden. Also das alles, glaube ich, also die Veränderungen in diesen Lebensbereichen scheinen mir extrem wichtig zu sein. Und das Dritte, was ich sehr, also immer wieder eindrucksvoll finde, ist, wie sehr sich die internationale Problematik, also wie sehr sich, es ist ja so, dass in all den verschiedenen Ländern es jeweils eine spezifische Konstellation gab, was die Länder betrifft, also in Deutschland die Verarbeitung des Nationalsozialismus, das hat in den USA ja natürlich keine Rolle gespielt, in anderen Ländern jeweils ganz andere Problematiken, aber dass sich das alles unter, also dass es sozusagen ein Querschnittthema gab, nämlich dem Vietnamkrieg, finde ich immer wieder beeindruckend, dass das etwas war, was so viel, also solche Emotionen und so viel Solidaritäten mobilisieren konnte, also dass der Umstand, dass sich damals aus der eigenen Lage offenbar der Übertrag auf das, was dort passiert, irgendwie vorgeblich ganz abstrakt weltpolitisch passiert, dass das offenbar so brennend war und so nahegelegen ist. Herr Nassi, im Grunde dieselbe Frage an Sie, was nicht, noch gar nicht so sehr, was hat sich seitdem verändert, sondern was ist in dem Jahr eigentlich passiert? Ja, was in dem Jahr passiert, also Ihre Beschreibung, auch deine Beschreibung, setzen ja eigentlich voraus, dass man relativ genau Kausalitäten benennen kann, also dass man sagen kann, wenn 68 nicht gewesen wäre, so ähnlich war die Formulierung, dann säße Rahel nicht hier, dann würde es dies und das und all diese Dinge, also da würde ich sozusagen als Soziologe sagen, und wenn ich ein Historiker wäre, würde ich das als Historiker sagen, so einfach kann man das wahrscheinlich nicht beschreiben. Es ist eine hilflose journalistische Zuspitzung, das ist ganz klar. Naja, das ist ja nicht nur eine journalistische Zuspitzung, sondern das ist eigentlich auch der Common Sense in der Öffentlichkeit, wie über 68 geredet wird, also jemand, der das in der letzten Zeit sehr stark gemacht hat, ist Alexander Dobrindt, dessen größter Makel übrigens darin besteht, also er hat viele Makel, aber dessen größter Makel darin besteht, dass er Absolvent unseres Instituts in München ist, aber drei Jahre bevor ich kam, also ich kann nichts dafür. Das würde heute nicht mehr passieren. Das würde, ja genau, das würde, okay, das ist das Ergebnis, aber ernsthaft gesagt, sozusagen die spannende Frage ist, dass 68 offenbar als Kulminationspunkt sehr gut funktioniert, aber man natürlich, und da ist die historische Forschung eigentlich seit 15, 20 Jahren schon relativ weit, man sagen kann, dass fast alle die Entwicklungen, von denen wir gerade gesprochen haben, was Geschlechterverhältnisse angeht, was das Bildungssystem angeht, was übrigens, was vielleicht der allerwichtigste Punkt ist, Möglichkeiten sozialen Aufstiegs in den 70er Jahren angeht, für mich ist das eigentlich die wichtigste Wirkung von 68, die bis heute anhält, oder dass die Konfliktlage bis heute anhält, dass all dies eigentlich früher begonnen hat, übrigens auch als intellektuelle Geschichte früher begonnen hat, man kann sagen, dass auch in den eher konservativen Bereichen, interessanterweise schon so etwas wie, was Habermas später kommunikative Verflüssigung genannt habe, zumindest problematisiert worden ist. Also es scheint eine längerfristige gesellschaftliche Entwicklung gegeben zu haben und dann muss man sich ja fragen, warum eine relativ kleine und gleichzeitig sehr privilegierte Gruppe, also hier sitzen auch einige Studierende, vielleicht gehören Sie zu relativ privilegierten Studierenden, Sie müssen sich aber vorstellen, dass Anfang der 60er Jahre unter 10% eines Jahrgangs Abitur gemacht haben, die haben nicht alle studiert, weil auch viele Frauen dabei waren, muss man so sagen, und das heißt, das war eine relativ kleine Gruppe, die offenbar etwas an der Gesellschaft beschrieben hat, was starke Wirkung entfaltet. Es ist ja gar nicht so einfach, die Polizei oder den Staat dazu zu bringen, gegen einen zu sein, also wir können ja jetzt alles Mögliche ausprobieren, das meiste davon verpufft. Das ist nicht verpufft und das ist doch ganz, das ist das Interessante. Und das gilt international. USA, würde ich ganz anders diskutieren, da gab es schon vorher die Bürgerrechtsbewegung, die von den Schwarzen zum großen Teil getragen wurde und das ist eine ganz andere Trägergruppe gewesen, übrigens viel breiter in der Gesellschaft verankert. In Frankreich war es zum Teil eine proletarische Geschichte, ganz andere Situation. In Südafrika war es natürlich eine, die ersten Kritikpunkte an der Apartheid formuliert hat und in Südamerika kann man sich vorstellen, dass es vor allem um soziale Ungleichheit ging. Hier ging es vor allem um die Universität. Also die Leute, selbst Rudi Dutschke wollte eigentlich aus West-Berlin eine Universität machen, so sagte er im Gespräch mit Hans-Marc Nzensberger. Das heißt, es war lebensweltlich noch ganz, ganz nah an so einer kleinen, privilegierten, ich meine privilegiert gar nicht als etwas, das ist ein Schimpfwort, überhaupt nicht, also eine, die etwas ausdrücken konnte und ganz offensichtlich ein Unbehagen mit einer Situation beschrieben hat. Worin das Unbehagen besteht, das müsste man rausarbeiten, aber das hat funktioniert und es ist doch spannend, dass heute noch Leute 68 abschaffen wollen. Das heißt, es hat offenbar etwas stattgefunden, was man gar nicht versteht, aber wir haben jetzt sozusagen einen Biografie-Marker, an dem man das festmachen kann. Das ist so für mich die Problemlage, die man beschreiben müsste. Darf ich dazu gleich noch was sagen? Na klar. Ich meine, ich finde den Umstand, dass das alles schon lange vorher angefangen hat, also und zwar auch wiederum in jedem Land in anderen Hinsichten. In Deutschland gab es auch die Antikriegsbewegung vorher, also gab es Anti-Atom-Bewegung etc., wo ja auch ein nicht geringer Teil derjenigen, die schon ein bisschen älter waren, 68 politisiert worden sind. Der Umstand, dass das alles schon sozusagen viel länger vorher angefangen hat und dass die eigentlichen Wirkungen danach zu verzeichnen sind. Also all das, was wir jetzt sagen, Bildung, Frauen, Aufstiegschancen etc. sind ja Dinge, die sich dann überhaupt erst in den 70er Jahren so richtig manifestiert haben. Auch alles, was so geblieben ist an Kinderladenbewegungen, also wirklich an Projektebewegungen, an diesem und jenem. Nur das sagt man doch immer über Revolutionen. Ich meine, da gibt es auch dann auch immer so Auf und Abs. Dann gibt es irgendwie französische Revolutionen, dann gibt es Bewegungen von Historikern, die sagen, naja, also die wirklich entscheidenden Dinge haben lange vorher stattgefunden. Eigentlich war es sogar ein Rückschritt in dieser und jener Hinsicht und in Wirklichkeit gar nicht so toll mit der Bastille. Aber trotzdem, also insofern ist es ein ganz normaler Vorgang, dass sich Dinge vorbereiten, dass Institutionen beginnen zu kriseln, irgendwie zu erodieren, bestimmte Legitimationen zu verlieren, dass sich in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft Spannungen, aber auch Wünsche, Möglichkeiten, Potenziale ansammeln und dass es dann eines symbolischen Ereignisses, eines symbolischen Jahres so einer Verdichtung und Beschleunigung bedarf, an die sich dann hinterher alles sozusagen, an der sich das dann festmacht, was sich da eigentlich verändert hat. Das finde ich ist jetzt gar nicht so verblüffend. Und wie gesagt, das teilt 68 mit allen möglichen anderen Dingen und auf jeden Fall mit den Revolutionen, dass es eben so ist, ja, da kommt alles Mögliche zusammen. Dann verdichten sich Dinge. Der Mai 68 war ja sicherlich das verdichtetste, also der verdichtetste Monat in dem verdichteten Jahr, was aber ja im Wesentlichen damit zu tun hat, dass da in Frankreich eben auf einmal noch mal ganz andere Allianzen möglich geworden sind. Das ist auf einmal wirklich. Ich meine, es gibt ja so Sterntitel noch aus der Zeit. Ich habe das mal zufällig auf dem Dachboden gefunden. Ja, da steht nun wirklich so ganz dick, ist die Revolution noch zu stoppen im Mai 68? Und das scheint aber keine absurde Frage gewesen zu sein. Und das bezog sich auf Frankreich oder auch auf Deutschland? Also auf alles, ja, wirklich auf, ja, ist die Revolution in Deutschland, in Frankreich überhaupt weltweit zu stoppen? Wenn es im Stern steht, ja. Genau. Solange es noch im Stern steht. Solange es im Stern steht, kann man sagen. Nein, aber ich meine, insofern, das finde ich ist alles vollkommen richtig, also was Sie beschreiben, aber es ist eben auch nicht weiter erstaunlich, weil die Dinge passieren eben nicht aus dem Nichts. Das ist vielleicht keine Überraschung, vielleicht kann ich da ganz kurz dazwischen, ehe Sie noch mal darauf antworten, dass es ja Teil oder eine wesentliche These Ihres Buches ist, dass das nicht Auslöser einer Bewegung war, sondern im Grunde Profiteure einer Bewegung, die schon in der Gesellschaft vorhanden war. Was war da genau in Bewegung? Das interessiert mich sehr. Ja, ich antworte sehr gern darauf, aber ich wollte zunächst mal sagen, es ist gar kein Widerspruch da, sondern wenn das für alle Revolutionen gilt, dann ist es klar, dass es hier auch gilt, aber der Mythos funktioniert ganz anders und man musste das 50 Jahre später vielleicht dann schon auch versuchen zu verstehen, um auch die Gegenwart zu verstehen, würde ich fast sagen, darauf wollen wir ja auch später noch kommen, wie solche Constraints eigentlich funktionieren, warum hat sich eine bestimmte Form eigentlich durchgesetzt? Und ich glaube, dass die Ereignisse um 68 dafür natürlich ein Katalysator waren, natürlich haben Sie das, deine Formulierung war verstärkt, ja, das ist richtig, ist auch ein symbolisches Ereignis gewesen, aber spannenderweise haben Sie sich dann sozusagen in einer ganz anderen Art und Weise durchgesetzt vielleicht und darauf kommt es mir an, viel wirkmächtiger, als wenn man sich nur diese Ereignisse anguckt. Also für Deutschland kann man ja fast sagen, dass man sagen kann, das hat 67 angefangen, stimmt nicht ganz, das hat vorher schon einiges gegeben, aber sagen wir mal 67 mit dem Tod von Benno Ohnesorg und bis 69 Auflösung des SDS. Das ist ja nicht lang, das sind anderthalb, knapp zwei Jahre. Und dann kann man sagen, und dann war es vorbei, dann ist es gescheitert, dann ist Willy Brandt Bundeskanzler geworden und es gab den radikalen Erlass und alle, die aktiv waren, durften dann eigentlich nicht. Für den radikalen Erlass gab es ja eine eher weltpolitische Erklärung als eine innenpolitische. So, aber wenn man das so beschreibt, dann hat man 68 beerdigt und dann sieht man, kann man überhaupt nicht erklären, was sich eigentlich in der Zeit danach an, und da würde ich wirklich sagen, radikalen Veränderungen unserer Gesellschaft tatsächlich gezeigt hat und zwar interessanterweise mit Wirkungen, die persistieren, also die gelten bis heute. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Also meine These wäre sozusagen, 68 viel stärker zu machen als diejenigen, die das Ereignis selber für sozusagen das, ja, also den Auslöser oder Ähnliches halten. Und insofern würde ich da jetzt gar keinen Dissens sehen, sondern ich würde eher sagen, das ist auch das, was mich als Soziologe interessiert, warum braucht man eigentlich solche Ereignisse, um Dinge beschreiben zu können. Ja, also werden wir irgendwann mal über den 11. September so reden, dass der die Welt verändert hat. Da würde man ja auch sagen, naja, der hat natürlich eine ganze Menge verändert, aber da hat davor und danach auch einiges stattgefunden, was also ganz nach dem Schema. Nochmal die Nachfrage, was war das, was vorher schon in Bewegung gemacht ist? Naja, okay, also das wollte ich ja beantworten, stimmt ja. Also was war das? Also ich meine, wenn man sich die Maßzahlen anguckt, dann kann man sagen, ökonomischer Erfolg. Also das darf man nicht unterschätzen, was das eigentlich bedeutet. Der Bundesrepublik. Also ich rede nur von der Bundesrepublik zunächst. Also ökonomischer Erfolg. Die Einführung eines Gesamtwirtschaftsplans, das ist vielleicht etwas, was auf den ersten Blick nicht besonders wichtig erscheint, aber auf einmal tauchte in der Öffentlichkeit eine Diskussion darüber auf, wie man mit ökonomischen Krisen umgehen kann. Und das war ein Thema von Politik. Eine Verwissenschaftlichung von Fragestellungen. Eine sehr, sehr lebendige öffentliche Kultur. Man denke an die deutsche Theaterszene. Man denke an die Philosophie. Man denke tatsächlich auch an die Universitäten. Eine sehr, sehr spannende Diskussion, die, sagen wir mal, das Thema Holocaust das erste Mal überhaupt einigermaßen so ein bisschen thematisiert mehr gemacht hat. Also dieser Mythos, dass sich die 68er vor allem mit dem deutschen Nationalsozialismus ausnahmsetzen, der stimmt ja nicht. Also vorher hat es ein bisschen was dazu gegeben. Es gab Hannah Arendt als eine geradezu Fremdheitsfigur, spannenderweise. Es gab Hannah Arendt, es gab den Eichmann-Prozess, es gab die Frankfurter Prozesse, die man gegen großen Widerstand durchsetzen musste, überhaupt zu thematisieren. Und dann kam eigentlich 79 erst der Film Holocaust, der am Ende dieses Jahrzehnts das Thema als sozusagen großes Thema in der öffentlichen Diskussion festgemacht hat. Die Idee sozusagen, die Gesellschaft jetzt für faschistisch zu erklären, würde ich fast sagen, ist eher eine Strategie gewesen, sozusagen das Land so schlecht zu reden, dass sich so etwas wie eine revolutionäre Situation tatsächlich legitimieren kann. Das ist kein Angriff auf die Leute, sondern das ist eher sozusagen der Versuch zu zeigen, dass natürlich in Deutschland mit dieser Chiffre Faschismus, mit der Chiffre Nationalsozialismus die größte Differenz überhaupt formuliert werden kann, die man formulieren kann. Viele Renegaten diskutieren zurzeit die Frage des inhärenten Antisemitismus der damaligen Linken, den es sehr, sehr stark gegeben hat. Also die große Ikone Ulrike Meinhof war gleichzeitig auch eine strukturelle Antisemitin, das muss man ganz klar sagen. Und das heißt, es gab selber ein sehr, 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 sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Frage der Aufarbeitung. Übrigens bis heute persistierend. Frau Jägel, eben ist es wiedergefallen, das Wort, Sie haben es eben auch ganz selbstverständlich benutzt, Revolution. War das eine Revolution? Nein, natürlich. Also war das eine Revolution? Es war eine Revolte, die in längerfristige Transformationen gemündet ist. Also man kann jetzt nicht sagen, es war einfach nur ein folgenloser Aufstand. Das klarerweise nicht, weil wir ja reden ja die ganze Zeit darüber. Eigentlich hat es dann sozusagen das Folgende verändert. Gleichzeitig hat es ja nicht die radikale, grundlegende Transformation, die angestrebt war und die vielleicht das ist, was man dann für eine Revolution halten würde, ausgelöst. Ich will noch mal zu der Sache mit dem Mythos und mit dem ja irgendwie komisch, dass man sich dann an diesem Jahr festmacht. Also auch nur in dem Versuch, wir müssen uns ja irgendwie auch auseinandersetzen. Ich würde das nicht so, also auch wiederum nicht so auffassen, als ob das jetzt einfach nur auf der Beschreibungsebene so passiert. Also da suchen sich irgendwelche Nachkommen oder auch die Akteure selber aus irgendwelchen kontingenten Gründen dieses Jahr 68 als das, woran sie den Mythos lebendig halten können, das Feuer, auf dem der dann weiterkocht. Das sind ja schon auch reelle. Also ich meine, das sind wirklich Beschleunigungsprozesse, das sind wirklich Prozesse, in dem auf einmal alles möglich scheint und in dem deshalb auf einmal auch sehr viel gleichzeitig getan wird und gemacht wird und in Bewegung gerät. Und insofern würde ich nicht sagen, dass das ein Mythos im sozusagen negativen Sinne von, da ist eigentlich nichts dahinter. Da war natürlich schon auch wirklich faktisch was dahinter, weil Menschen sich sehr schnell zu bestimmten Dingen entschieden haben, die sie dann auch nicht mehr rückgängig machen, manchmal nicht konnten, manchmal nicht wollten. Und der zweite Punkt dabei ist, dass es natürlich etwas mit, wenn Sie von Mythos reden, etwas mit, wenn du von Mythos redest, etwas mit der Selbstverständigungsebene zu tun hat. Die Akteure verstehen sich auf einmal so, dass Sie jetzt gerade Teil einer solchen, wie auch immer revolutionären, radikalen Bewegung sind. Das macht ja was mit Ihnen, das macht was mit dem, was Sie tun, auch wiederum mit dem, was Sie glauben, jetzt bewegen zu können. Also dieser Möglichkeit, Sinn von, jetzt können wir, jetzt müssen wir auf bestimmte Sachen keine Rücksicht mehr nehmen, können das nicht, sollten das nicht, weil die Situation so zugespitzt ist. Also das sind ja immer, da kommt ja von beiden Seiten etwas. Die Situation spitzt sich zu und sie wird von den Akteuren zugespitzt und dann passieren eben Dinge, die sich auf einmal ereignishaft darstellen, auch wenn sie eine Vorgeschichte haben und eine Nachgeschichte haben. Und ich finde eigentlich wichtig und interessant einen zweiten Punkt, der ja auch in dem, was du beschreibst, anklingt, nämlich also gar nicht die Frage, wie wichtig sind jetzt diese Kulminationspunkte, sondern die Frage, was sind eigentlich die passiven, gewissermaßen Vorbedingungen dafür, dass das, was dann aktiv als Revolte, als anti-autoritäre Bewegung passiert ist, sich überhaupt entwickeln kann. Und da geht es ja viel mehr um. Also das, was du gerade auch schon geschildert hast, in bestimmte ökonomische Situationen, eine kulturelle Lage, in der sehr viel an avantgardistischer Kultur und in Fragestellung an bohemiahhaft existenzialistischem Aufbruch schon da war. Also auch da gibt es ja eben alles Mögliche an Vorbedingungen, aber es gibt ja vor allem eine Situation, in der sich, also Bildung ja nicht einfach nur zufällig zum Thema gemacht wird, sondern es klar ist, dass die Arbeitsverhältnisse, zunehmend Bildung, ein bestimmtes Reflexionspotenzial, bestimmte kommunikative Fähigkeiten verlangen. Und das ist ja auch das, was sich sozusagen dann im Laufe der 70er Jahre immer weiter bestärkt und verstärkt hat, sodass man sagen kann, dass solche radikalen gesellschaftlichen Transformationen, also ich würde es beschreiben mit dem, mit einem Ausdruck, den Marx verwendet, wenn er sagt, Revolutionen brauchen immer ein aktives und ein passives Element. Und es gibt eben gewissermaßen passive Vorbedingungen. Da verändern sich Dinge in der Welt, die gar nicht von Akteuren so gewollt werden, sondern eben in bestimmten Konstellationen sich so verändern, dass Möglichkeiten aufscheinen und andererseits aber auch nicht einfach nur, weil Akteure selber Institutionen zu Fall bringen wollen, sondern weil die schon erodiert sind. Und dann gibt man denen noch so einen Schubs. Also da muss schon irgendwie gewissermaßen was passiert sein, damit man darauf reagieren kann. Ich finde, das schmälert gewissermaßen nicht die Rolle und nicht die Leistung der weltgeschichtlichen Akteure hier, sondern es ist einfach ein Ineinander von Möglichkeiten und Aktivitäten, auf die Weltgeschichte angewiesen ist. Also es sieht immer so ein bisschen aus, als sei ich der Überbringer einer schlechten Botschaft. Ich will gar nichts schmälern, ganz im Gegenteil. Also wirklich ganz im Gegenteil. Und ich würde auch zum Beispiel das an so einem Begriff festmachen. Mythos heißt nicht, dass es etwas ist, was es nicht gegeben hat. Mythos heißt, dass man dafür eine ästhetische Form findet. Und die ästhetische Form hat man gefunden. Interessanterweise nicht nur in dem, was wir als Straßenkampf kennen, sondern eben auch, es wurde gerade erwähnt, als Popkultur, als tatsächlich Formen privater Lebensformen, die sich befreit haben und so weiter. Aber es ist sozusagen ein Mythos in dem Sinne, dass das dadurch erzählbar geworden ist. Wenn jemand wie dieser schreckliche Gauland direkt nach der Bundestagswahl im letzten September hingeht und sagt, wir holen uns das Land zurück. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diese gespenstische Szene, die ja zurzeit tatsächlich auch durchgeführt wird. Das muss man ja leider Gottes so sagen. Mit dieser Intention ist genau das gemeint. Von denen nämlich holen wir uns das zurück. Genau. Also von denen holt man es sich zurück. Also heute gab es die Meldung, die wollen eine Plattform machen, wo kritische Lehrer aufgelistet werden. Jetzt nur mal, das ist gar nicht jetzt, dass daran jetzt irgendwie die Weltgeschichte sich verändert. Aber das ist so ein Zeichen dafür, dass an einem Symbol des kritischen Lehrers sich die Dinge tatsächlich festmachen lassen. Und du sagtest gerade, es gab natürlich diese Bedingungen, die da sind. Ich hatte darauf ja auch hingewiesen. Das würde ich auch genauso sehen. Spannenderweise muss man sich dann die Frage stellen, unter welchen Bedingungen kann das erfolgreich sein? Es gibt ökonomische Bedingungen, die mehr Bildung verlangen. Der Bildungsdiskurs war aber in erster Linie ein Gerechtigkeitsdiskurs. Das wichtigste Buch dazu ist von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron in Frankreich erschienen. 1967, glaube ich, Die Illusion der Chancengleichheit, wo man sozusagen schon sozialdemokratische Bemühungen, die schon 10, 15 Jahre vorher begonnen haben, besichtigt hat und gesagt hat, dieser Chancengleichheitsdiskurs ist da. Man stellt fest, also 7, 8 Prozent Abiturienten, das schöpft nicht das Potenzial ab, das wir brauchen, um den Russen ihre Erfolge im Weltall wieder wegzunehmen. Das war ja mit der Bildungskatastrophe dieser Diskurs. Aber es ist sozusagen auch etwas, was zu einem ganz klassischen, auch bürgerlichen Bildungsbegriff beigetragen hat. Ja, der Persönlichkeitsbildung, des Autonomen Werdens, eine Lebensform, das ist ja dein Thema, Lebensformen sozusagen durch Bildung auch legitimierbar zu machen. Und das war der pädagogische Diskurs, der sich da durchgezogen hat. Und das ist, das finde ich, eine interessante Diagnose, nicht nur bei den Kulturlinken, sondern auch bei den Konservativen oder besonders bei den Konservativen die stärksten Wirkungen eigentlich entfaltet hat. Also immer zu den Gläubigen zu predigen, ist ja irgendwie auch langweilig. Interessant ist, dass die Leute gegen ihre eigene Intention 68er geworden sind. Also ich komme aus Bayern, bayerischer Staatsbeamter, muss ich außerhalb der Grenzen immer einmal sagen. Und es gibt kein Bundesland bis heute, in dem es so viele Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs durch Bildung jenseits des dreigliedrigen Schulsystems gibt. Und Bayern ist nicht bekannt für eine linke Bildungspolitik, weiß Gott nicht. Da gibt es viele Dinge, die bis heute anders sind als in anderen Bundesländern. Aber dieser Constraint, aus dem kommt man nicht raus. Und das sind eigentlich die Wirkungen, die in der Gesellschaft drin sind, die auch gegen die Intentionen der Akteure funktionieren. Deshalb unterscheide ich ja dieses Explizit-Linke von dem Implizit-Linken. In den 70ern sind fast alle Implizit-Links geworden, auch wenn sie es nicht wussten. Und das finde ich die spannende Wirkung dieser Geschichte. Das könnte man jetzt an der französischen, so ein guter Gedanke, an der französischen Revolution eigentlich genauso nachverfolgen. Nur bis sozusagen nach den napoleonischen Kriegen wurde es dann halt wieder restaurativ. Ein bisschen Problem. Bei uns ja auch. Ich versuche noch einmal, ich versuche ja noch mal zu verstehen, was da passiert ist. Sie fragen das ja in dem Buch auch. Wieso sind stark privilegierte Bürgerkinder 68 auf die Straße gegangen, um für autoritäre Macht habe und ich füge jetzt noch mal Menschen schlechter hinzu, wie Mao und Ho Chi Minh auf die Straße zu kämpfen. Also ich würde sagen, das ist böse, wenn man das sagt, das ist Popkultur. Und damit wendet man sich nicht dagegen, aus popkulturellen Gründen sind sie auf die Straße gegangen. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Also nicht, dass das Thema Vietnamkrieg, das gab einen guten Grund dafür. Das war das erste Mal, dass die braven mitteleuropäischen Kinder sowas wie eine internationale Perspektive überhaupt denken konnten. Ja, das ist klar. Aber sozusagen, das ist natürlich Popkultur deshalb, weil wie kann man eigentlich so ein relativ konservatives politisches System besser hinterm Ofen hervorlocken, als hinter Bildern von Ho Chi Minh oder Mao Zedong herzulaufen. Ich meine, das ist doch, das meine ich mit Popkultur, das sind doch Ikonen, die gut funktionieren. Kaum jemand, der auf der Straße gewesen wäre und Ho Ho Chi Minh gesagt hat, hätte unter Ho Chi Minh, nur ein Ho, also hätte unter Ho Chi Minh überlebt, wenn er solche Strategien gemacht hätte. Das wussten die Leute auch, die waren ja nicht blöd, aber die Form sozusagen dieses Protestes, darüber wurde ja damals auch ganz klar diskutiert, übrigens mit Literatur, die heute zum Teil von den Rechten gelebt sind. Wie produziert man Hegemonie in der Öffentlichkeit? Das macht man, indem man Provokationen macht, die popkulturelle Symbole sein können und wenn ich Ho Chi Minh sage, müssen die anderen Ho Chi Minh Nein sagen und schon haben wir ein wunderbares Konfliktsystem. So funktionieren diese Dinge und ich würde aber schon sagen, dass es auch einen systematischen Grund gibt, weil es ist außerordentlich, also für so eine ganz kleine, explizit linke Gruppe, die wirklich an Autoritärem, ich bin ja großer Fan von Rudi Tutschke geworden, muss ich gestehen, in der Auseinandersetzung mit den Dingen. Ich finde die Person wahnsinnig spannend und interessant und ich finde gleichzeitig radikal erschreckend, was für politische Ideen tatsächlich dahinter stecken. Also die Idee ist tatsächlich, wenn die Leute nicht das Richtige wollen, dann müssen wir sie am Ende doch dazu zwingen. Und das steht da fast wirklich so. Und das ist mit einem guten Gedanken gemeint und es setzt eine kleine Kausalität in Gang, bei der man sagen kann, seht ihr, wir haben doch doch Verhältnisse, in denen wir sagen können, woran es krankt. Und in den Befreiungsbewegungen der dritten Welt, wo Rudi Tutschke gesagt hat, würde er auch mit der Waffe in der Hand kämpfen, da haben wir klare Kausalitäten, da kann man sagen, böse, gut, böse, gut. Und dagegen gehen wir vor. In so einer komplexen Welt wie unserer ist es außerordentlich schwierig, das zu sagen. Über die CDU wollen wir nicht groß reden, aber selbst bei Sozialdemokraten weiß man nicht genau, gut oder böse. Willy Brandt war gut, weil er eine entsprechende Biografie hat und böse, weil er vor nichts mehr Angst hatte, als vor den Linken, die richtige Linke waren und nicht sozialdemokratische Reformpolitik gemacht haben. Ich würde gerne noch mal zu der Frage, worum ging es da eigentlich und warum macht eine Gruppe von im Grunde gut situierten Bürgerkindern hier auf Revolte gewissermaßen. Das ist ja auch wiederum in anderen Ländern anders gewesen und es gab da andere Einzugsbereiche und auch andere, also sozusagen eine andere Organisationsstufe allein schon sozusagen. In Frankreich war das einfach anders, weil die kommunistische Partei eine andere Rolle gespielt hat und es eine andere Verbindung gab und eben genau sozusagen der revolutionärste Moment ist genau dadurch entstanden, dass das auf einmal, also die sich auf einmal verbündet haben. Aber ich finde, dass eigentlich, also das interessant ist, wenn Amina C. sagt, es ging um Inklusion, es ging um Gleichheit und um Aufstiegschancen. Interessant ist doch dann tatsächlich, warum machen die, deren Aufstiegschancen eigentlich gesichert waren, deren Aufstiegschancen sogar eigentlich eher ein bisschen nachgelassen haben, dadurch, dass auf einmal die Universitäten voll waren, es eine Bildungsexplosion gab und die Konkurrenz im Grunde größer war. Das war ja irgendwie im Grunde bei den zehn Prozent, die da Abitur gemacht haben, von denen dann, wie du richtig gesagt hast, noch weniger studiert haben, war es doch irgendwie klar, dass die einen guten Job im System gewissermaßen kriegen würden. Das war jedenfalls keine Bewegung, die von Prekaritätsängsten gezeichnet war und gezeichnet sein musste. Und ich finde der, ich würde deshalb, der These ging im Wesentlichen um Inklusion und diese Transformationen passieren alle so, dass immer weiter inkludiert wird, im Blick auf die 68er-Bewegung eigentlich widersprechen, weil jedenfalls das Interessante ist, dass gleichzeitig ja thematisiert worden ist, die Qualität, die Art und Weise, in der hier Universitäten sich darstellen, in der hier gelernt wird, die Art und Weise, also die ganze Idee, die eben gesamten Lebensformen zu revolutionieren, waren ja eben nicht einfach nur die Idee, dass alle an dem, was ist, jetzt auch teilhaben können sollen, sondern dass man in einem Schwung das, was ist, auch verändern möchte, sodass das qualitativ anders sein soll. Nicht nur Universitäten, wie wir sie haben, jetzt sollen mehr rein dürfen, Schulen, wie wir sie haben, jetzt sollen mehr damit Erfolg durchlaufen, sondern wir wollen die Schulen komplett ändern, wir wollen andere Formen des Unterrichts, anti-autoritäre Erziehungsmethoden, andere Formen der Geschlechterverhältnisse, also auch da, es ging ja nicht nur darum, die Frauen sollen jetzt auch in den Arbeitsmarkt rein dürfen, auch wenn das natürlich der Effekt im Ende war, aber das ist doch ein interessanter Moment und ich würde das beschreiben mit dem, was Boltanski-Chapello, die ja unterscheiden zwischen Künstlerkritik und Sozialkritik, also der Art von Kritik, der es um ein anderes authentisches Leben im Modus der Selbstverwirklichung geht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben um die sozusagen klassischere Sozialkritik der sozialen Frage, wo es um Inklusionaufstieg den gerechten Anteil in den Ressourcen geht und das Interessante an 68 ist doch das und wie und warum, das sozusagen in einem Moment zusammen, also zusammen kam. Sie haben es ja schon mehrfach erwähnt, sowohl Dobrindt als auch Gauland, die sich immer wieder auch Liberale, also FDP, Generalsekretäre und dergleichen, die sich immer wieder auf 68 beziehen und manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, stärker, denn als Chiffre für Veränderung ist das eine Mobilisierungsformel für die andere Seite inzwischen geworden. Ja, stimmt. Wie konnte das passieren? Und ich meine, interessant ist ja, auch wenn die sich auf 68 beziehen, dann interessanterweise sogar weniger auf die Inklusions- und Ungleichheitsfrage als auf die Momente kultureller Liberalisierung. Also der Feind 68 ist aus deren Sicht tatsächlich genau nicht, also jedenfalls nicht nur das, sondern der Feind 68 ist, dass die Frauen jetzt da überall rumlaufen, dass All-Gender-Toiletten eingeführt werden, dass also ja sozusagen alle diese Momente von auf Lebensfall, genau. Und das ist ein interessanter Punkt. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Mobilisierungsquellen für die. Ja, nicht nur ein Teil davon hat mit 68 überhaupt irgendetwas zu tun, aber irgendwie gibt es so diese ganze Idee, dass die linken hegemonialen Eliten sich irgendwie in all diesen Dingen zeigen, also im Niedergang der wirklichen Erziehung, im Niedergang einer bestimmten Art von Autorität, eben in der Zerstörung der Familie. All diese Dinge werden ja in so, ich meine, das sind ja relativ diffuse Zuschreibungen. Das geht ja von 68 bis zu Queer Theory, bis zu, wer da alles jetzt dafür verantwortlich ist, dass wir keine Heimat mehr haben und keine Familie mehr haben. Das ist ja eine große und nicht immer klar konturierte Gruppe, der das vorgeworfen wird. Und 68 gehört da, passt dann natürlich, aber interessanterweise genau hinsichtlich der Veränderung von Lebensformen und der Veränderung einer ganzen gesellschaftlichen Kultur gut rein. Und das funktioniert. Also einer der größten Skandale, wenn ich das hier sagen darf, in diesem Jahr ist, dass Rüdiger Safransky den Deutschen Nationalpreis bekommt dieses Jahr. Ich halte das wirklich für einen Skandal. dass dieser Mensch den bekommt dieses Jahr, kriegt 50.000 Euro dafür, damit er sich in Baden-Weiler noch einen kleinen Zaun um sein Haus machen kann. Sagen Sie erst mal, warum das ein Skandal ist. Also Rüdiger Safransky, ich meine, das ist sozusagen so ein Monumentalhistoriker, das kann man schon aus wissenschaftlichen Gründen für wenig zielführend, wenn ich das mal so sagen darf, halten. Aber darüber kann man ja inhaltlich diskutieren. Also das ist der, der hat uns sozusagen die großen deutschen Männer nähergebracht von Goethe über Schiller bis. Aber der Skandal besteht eigentlich darin, dass er, es sind auch ein paar andere Namen zu nennen, übrigens meistens früher Linke gewesen. Peter Sloterdijk würde ich dazu rechnen, Botho Strauss, das sind interessante drei Namen, dass man die heute zusammendenkt. Das sind Leute, die tatsächlich nicht 68 sagen, aber ganz explizit an den Dingen ansetzen, die du gerade genannt hast. Also Botho Strauss sagt ganz deutlich, wenn Kreti und Pleti mitreden, dann geht die Welt unter. Also wenn sozusagen die, die eigentlich nicht zu den Eliten gehören. Safransky redet davon, dass man sozusagen doch sehen muss, dass es gewachsene Völker gibt und dass diese Völker natürlich eine stärkere Integration innerhalb ihrer selbst haben und man deshalb Maß halten muss. Und so weiter. Und Sloterdijk raunt unfassbares Zeug darüber, dass mit den Flüchtlingen Menschen kommen, mit denen, das sagt ein Philosoph, mit denen wir nichts gemein haben. Das ist also Zitat. Das ist ja, also man kann sagen, okay, da sind mal ein paar Begriffe ausgerutscht, da ist nichts ausgerutscht. Das sind genau die Chiffrierungen, die an diesen Geschichten ansetzen und dafür, das kann man ja jeder machen, das ist ja auch erlaubt. Und es ist auch ein klarer, wir haben vorhin über Hegemonie geredet, es ist auch eine ganz klare Hegemoniestrategie, zu gucken, wohin kann ich das wie verschieben, wie weit kann ich die Grenze dessen verschieben, dann immer mit diesem Selbstmitleidigen, ich traue mich jetzt mal das zu sagen, weil eigentlich wollen die Linken mir das immer verbieten. Das heißt aber, die Hegemonie war vorher bei den Linken? Also so ist jedenfalls das Welt- und Selbstbild. Das weiß ich auch, die Frage an Sie. Also ich würde, also klarerweise war die Stärke, also ich glaube, da verschieben sich tatsächlich Grenzen und das heißt, natürlich gab es eine Hegemonie oder eine stärkere, das hat nie wirklich den realen Machtverhältnissen entsprochen. Ich meine, alle die, die sagen, jetzt darf ich auch endlich mal reden, ich Ames Würstchen hatten, also nicht zu unterschätzende soziale und finanzielle Ressourcen und ihre Thinktanks und ihre Publikationen und alle, also ich meine, das ist nicht so, das ist jetzt nicht wirklich die unterdrückte Stimme von unten, die da hochkommt, wie uns das weiß gemacht wird, aber natürlich gab es andere, also in einer bestimmten Art von, sagen wir, liberalen Verhältnissen, andere Grenzen des Sagbaren und so etwas wie, das sind Menschen, mit denen haben wir nichts gemeinsam, das hätte der vor 20 Jahren nicht gesagt, klar. Und verrückterweise, das heißt, Hegemonie heißt ja nicht, dass sozusagen jetzt Leute kommen und anderen was zu sagen verbieten, sondern Hegemonie heißt, dass auch diejenigen, die selbst nicht drauf gekommen wären, das sagen. Also Jürgen Habermas hat auf die Frage, vor 10 Jahren war das, glaube ich, oder vor 20 Jahren, also zu einem 68er Jubiläum, auf die Frage, was von 68 geblieben ist, die wirklich geniale Antwort gegeben, Rita Süssmuth. Ja, und das ist, man lacht im ersten Moment, aber wenn man genau darüber nachdenkt, muss man sagen, ist doch hochinteressant, dass diese Frau, die man ja nur schätzen kann, das ist auch gar keine Frage, es geschafft hat, sozusagen nicht hegemonial etwas in diese Partei reinzubringen, anzubringen, sondern an der Spitze dieser Partei, Sätze zu sagen, die man nur unter großen Kosten, denen man nur unter großen Kosten widersprechen konnte, das heißt Hegemonie. Und das hat ja wirklich stattgefunden, also diese Gauland-Geschichte stimmt ja irgendwie, also selbst in der CDU, und Gauland war ein CDU-Politiker, der weiß, wovon er redet, waren diese Dinge, aber man muss sich klar machen, die stärkste, könnte sagen, Infragestellung nationaler Souveränität in der Geschichte der Bundesrepublik hat Helmut Kohl gemacht. Und er war ein wirklich überzeugter Europäer, das muss man sagen, das war jetzt nicht einfach eine Strategie, sondern das, also niemand hat so stark dafür gesorgt, dass Deutschland kein autonomer Staat in dem klassischen Nationalstaatssinn mehr ist. Das hängt genau mit diesen Diskursen zusammen, der hat auch diesen ganzen Quatsch, mit der geistig-moralischen Wende natürlich, nein, die europäische Integration, also die politische europäische Integration, der Euro ist danach gekommen, die politische europäische Integration ist im Prinzip etwas, was ja mit diesen Geschichten dazu gehört. Und mein Begriffsvorschlag dafür ist ja, dass das explizit Linke, das war nie hegemonial, hätte auch keine Chance dazu und ich würde auch mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist auch nicht schlau genug dafür. Das implizit Linke, das ist da. Und das ist, glaube ich, also ich würde sagen, wenn das Buch... Die Unterscheidung müssen Sie noch mal ganz kurz... Aber Hegemonie heißt doch implizit werden. Genau, das meine ich ja. Hegemonie heißt implizit werden. Und das ist implizit Linke, das ist nicht dieses explizit Linke als eine konkrete Strategie, aber implizit. Also sozusagen, wenn man das auf eine ethische Formel bringen will, zu sagen, eigentlich darf keiner verloren gehen. Kein Einzelner. So, und das sind doch Diskurse, das hört sich sehr abstrakt an, über die wir zurzeit diskutieren. Darf eine schwangere Frau abgeschoben werden? Unter der Gefahr, dass... Ich meine, darf überhaupt in dieser Form abgeschoben werden, wie wir das zurzeit kennen? also darf man wie Andrea Nahles suggerieren, dass wir alle reinlassen, die hat vor kurzem doch groß gesagt, wir können ja nicht jeden aufnehmen, als hätte das jemals jemand behauptet. So ein Schwachsinn. Aber das sind sozusagen, da sieht man, dass diese Grenzen des Sagbaren, des Implizitwerdens sich anscheinend verschieben. Interessanterweise auch bei denen, die intentional das wahrscheinlich gar nicht denken würden, dass sie das getan haben, was sie da getan haben. Und das verschiebt sich im Moment, das muss man ganz klar sagen. Insofern hat auch selbst der Dove Dobrindt recht, wenn er gegen 68 wettet, weil das ist genau der Feind, an dem das passiert. Spannenderweise ist das, ich kenne ihn persönlich sogar, ist der sozusagen im persönlichen Gespräch ein völlig anderer. Das ist eine Strategie, die die fahren, von denen sie denken, dass sie der AfD tatsächlich das Butter vom Brot nehmen werden. Das werden sie so, aber in Bayern, wie wir die Zahlen im Moment sehen, nicht tun. Sie werden die SPD damit zerstören, weil die sich nicht traut, was dagegen zu sagen. Interessant ist ja auch, dass auch die Identitären genau die Aktionsformen und Provokationsmuster von 68 aufnehmen. Ob es genau die sind, ist die Frage, aber es ist ja ein Clou, dass die hingehen und sagen, also Götz Kubitschek hat ein kleines Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Provokation, in dieser Kaplaken-Reihe von Antaios, und da sagt er ganz klar, das können wir uns eins zu eins abgucken, wie Provokationen funktionieren. Also wie kriege ich die Polizei dazu etwas zu tun, was so falsch ist, dass sich die Falschen mit mir solidarisieren. Das ist sozusagen die Technik. Fidel Castro hat das auch schon geschrieben. Einer der wichtigsten Kursbuchautoren der 60er Jahre. Eine ganz wesentliche Veränderung haben wir vorhin schon angesprochen, gleich zu anfangen, wie weiblich war oder wie feministisch ist 68 und die Folgen. Da hatten wir ja schon angesetzt. Ist das vielleicht sogar die wichtigste Veränderung, die durch 68 angestoben worden ist? Also ich glaube, es gibt nicht wenige, die sagen würden, und zwar nicht nur Frauen, die sagen würden, ja, also das ist eine der Dinge, die dort angefangen hat und die geblieben ist. Und wo sich tatsächlich Veränderungen, die sich so stabilisiert haben, dass sie auch bis zu denjenigen hinein, die nun wirklich eine ganz andere Position vertreten und die Vorstellung haben, jetzt wieder heile Familien bauen zu wollen, selbst da hinein lässt sich das ja ganz offenbar nicht verändern. Also ich meine, auch die AfD-Politikerinnen entsprechen nicht mehr dem Bild von Weiblichkeit, also jedenfalls sozusagen in entscheidenden, nicht alle, in entscheidenden Hinsichten und entscheidende Figuren da entsprechen dem gar nicht mehr. Und dann fragt man sich mal, wie funktioniert das eigentlich zusammen? Also wie klappt das eigentlich, dass diejenigen, die profitieren davon oder die sozusagen letztlich Effekt dieser Art von Liberalisierungsbewegung sind, sich trotzdem exakt gegen nicht nur das Milieu, das diese hervorgebracht hat oder als Effekt erzeugt hat, sondern eben genau gegen diese Politiken wenden. Aber das ist, also da gibt es etwas, was tatsächlich, wo das implizit werden von dem, dass sie spricht, irgendwie auch noch funktioniert hat. Das heißt überhaupt nicht, dass das ein beendeter Kampf, eine beendete Auseinandersetzung ist, alles andere. Aber da hat man das Gefühl, die ist jetzt auch wirklich nicht mehr vom Tisch zu wischen. Das würde nicht mehr funktionieren. Also da würde ich sagen, ja, aber die Erziehung ist sicherlich ein anderer Punkt. Ja, wenn man sich Schulen heute anguckt, ich meine nicht, dass die, die sind unterfinanziert, die haben zu wenig Ressourcen, die haben vor der Aufgabe der wirklichen Inklusion schrecken die zurück und haben dazu auch nicht die richtigen, also weder die richtigen Ressourcen noch die richtigen Techniken in vielerlei Hinsicht und trotzdem und auch nicht die richtigen, ja, braucht ja dann auch ganz andere pädagogische Prinzipien. Aber zu einer, also sozusagen klassischen, zu der Art von autoritärer Erziehung und auch zu der Art von Frontalunterricht, wie das dann ist, also das wird sich alles auch nicht, ja, das ist sozusagen so durchgesickert, ja, wenn Sie heute in, ich weiß nicht, wie das in Bayern ist, ja, aber wenn Sie in Berlin in eine Grundschule in den entsprechenden Vierteln gehen, dann wird man finden, dass bestimmte, jedenfalls sozusagen in den ersten Stufen, ja, dass bestimmte Prinzipien, die mal eindeutig Reformpädagogik waren, dass die sich einfach flächendeckend, ja, die werden nicht immer gut umgesetzt, eben weil es zu wenig Ressourcen gibt, ja, und weil das alles ganz andere Dinge braucht, aber irgendwie eine Vorstellung davon, dass Kinder nicht irgendwelche undisziplinierten Barbaren sind, die man jetzt erst mal so auf Trab bringen muss und in die Disziplin einzwängen muss, das hat sich so einigermaßen durchgesetzt, glaube ich, also da gibt es bestimmt ein paar Sachen, die sind, wo man es schwer finden wird, das wieder komplett zurückzudrehen. Also das finde ich auch und man könnte jetzt über die Effekte diskutieren und fragen, ob es sozusagen es nicht sozusagen auch schon eine Form gibt, bei der wir mit Asymmetrien gar nicht mehr umgehen können, es gibt Asymmetrien in der Gesellschaft, die durchaus auch ihre Funktion haben, damit meine ich nicht Autoritäres und so, aber das wollte ich gar nicht sagen, es gibt einen spannenden Paradoxeneffekt eigentlich, was diese, sozusagen, dass das selbstverständlich werden dieser Geschlechtergeschichte angeht, also sehr gut ist, dafür ist die Lektüre dieses, von dieser, wie heißt das, Tichis Einblick, das sind ja so Rechtsliberale, könnte man die vielleicht nennen, die sehr, sehr stark am rechten Rand auch so ein bisschen löcken und die entwerfen ja, da gibt es Autorinnen, die das dort machen, eine Art von deutschem Feminismus, das ist einerseits ein Hinweis darauf, auch dort kann man eigentlich gar nicht mehr diese Unterscheidung, man kann nicht hingehen und sagen, jetzt lasst doch mal die Männer reden, die Frauen haben jetzt 30 Jahre geredet, jetzt ist aber auch mal genug, das kann ja kein Mensch sagen, das wollen die, glaube ich, auch gar nicht sagen, aber die sagen natürlich, Frauen, die muslimische Frauen sind, oder Frauen von woanders, oder Frauen, die, die können nicht, und Frauen sind natürlich genau das Symbol dafür, das hängt natürlich sehr stark, auch mit diesen Themen der 68er zusammen, das hängt stark mit Sexualität, Mietfamilie und diese ganzen Themen, die natürlich eine Rolle spielen, aber dieser rechte Feminismus ist einer, der ja einerseits anschließt daran, dass es eine Augenhöhe zwischen Männern und Frauen Sprechern gibt, und auf der anderen Seite die Asymmetrie eingeführt wird, die sich Rechte immer interessieren, also das ist schon ganz spannend zu sehen, dass, du hast, glaube ich, gerade gesagt, das sind die Nutznießer, ja, auch dieser Geschichten, dass das bis in diese Bereiche hineingeht, das ist wirklich verrückt, und da kann man sagen, wie stark sich solche Ideen eigentlich von ihren Trägern trennen können und dann stark werden. Ich meine, das eklatanteste Beispiel dafür, wie das gewendet wird, war ja nun diese rechte Frauendemo in Berlin, die mit Parolen, die aus der 70er-Jahre- Frauenbewegung kommen, die Straße gehört uns, wir wollen wieder unbeschadet über die Straßen gehen können, wir wollen Herr oder Frau über unsere Körper sein, und damit dieses imaginäre, es ist der muslimische, nichtdeutsche, im Zweifelsfall geflüchtete Mann, der uns deutschen Frauen die Freiheit auf unseren deutschen Straßen nimmt, ja, also diese Art von Verschiebung, die dann, also die auch, also ganz viel natürlich durch dann rechten, antimuslimischen, das sind ja dann auch sozusagen feministische, feministische oder vorgeblich feministische Dinge, die da aufgerufen werden, ja. Ein bisschen parallel zu dem vorgeblich Israel verteidigen, die Juden verteidigenden, dass jetzt jemand hier am Pult steht, heißt, meine Zeit ist abgelaufen. Ja, genau, Herr Wehfing. Die Zeit des Gesprächs ist auch vorbei. Ja, ich bin jetzt, ich sage auch nicht mehr viel, ich möchte nur im Namen der Veranstalter der Bucerius Law School und des Kursbuchs Ihnen, liebe Frau Jägi, lieber Amin Asseh, lieber Herr Wehfing, ganz herzlich danken für diese Diskussion und ich habe mich schon heute Abend und ich glaube, unser Namensträger, Herr Bucerius, hätte das schon auch so empfunden, etwas wie an einer Universität gefühlt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020